Du hörst den Darmglück-Podcast Folge 65. In dieser Episode spreche ich darüber, warum das sogenannt gesunde Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Gemüse oder Vollkorn, eventuell für deinen Darm gar nicht so gesund sind. Willkommen zum Darmglück-Podcast. Dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin und heute geht es um das Thema Antinährstoffe. Zu dem Thema Antinährstoffe habe ich eine lustige Geschichte. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, war das in Baden-Baden einen Vortrag gehalten vor Ärzten vor allem und Therapeuten und habe da eben das Wort Antinährstoffe mit im Vortrag drin gehabt. Und dann hat eine Ärztin aufgezeigt und gesagt, das stimmt gar nicht, das gibt es gar nicht, ich habe noch nie von Antinährstoffen gehört, also bin ich überzeugt, dass es das auch nicht gibt. Und dann zum Glück hat jemand anders im Publikum sich dann umgedreht und gesagt, doch, das gibt es sehr wohl. Aber ich fand es nur lustig, dass manche Menschen denken, nur weil sie von was noch nie was gehört haben, dann kann es das auch nicht geben. Und leider ist es so, dass in der traditionellen Therapie, sage ich mal, das Thema Antinährstoffe tatsächlich nicht so eine große Rolle spielt. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich hier einfach mal ein paar Worte drüber verliere. Das wird jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung. Ich denke, das kann man noch sehr viel wissenschaftlicher wahrscheinlich betrachten, sondern ich sage einfach mal ein paar Dinge, worauf du achten kannst, vor allem, wenn du vielleicht auch schon länger Darmprobleme hast, Verdauungsprobleme und nicht verstehst, warum, weil du dich ja eigentlich in Anführungsstrichen so gesund ernährst. Und vielleicht zum Namen Antinährstoffe sagt ja eigentlich schon, es ist quasi, es sind Nährstoffe, die uns sogar noch zum Beispiel Mineralien oder andere Nährstoffe kosten. Also die verhindern, dass wir zum Beispiel gute Nährstoffe aufnehmen können. Und das versteht man unter Antinährstoffen. Die kommen eigentlich meistens in Pflanzen vor. Und die größten vielleicht Gruppen oder die, über die ich jetzt heute mal sprechen werde, es gibt noch mehr, sind die Lektine, die Fetinsäure und das Gluten. Es gibt noch zum Beispiel Oxalat. Es gibt noch ein paar andere Dinge, über die wir vielleicht ein anderes Mal sprechen können. Aber ich möchte diese Folge auch nicht zu lang gestalten. Jetzt, warum haben Pflanzen überhaupt Antinährstoffe? Pflanzen können sich ja nicht verteidigen gegen das Gefressenwerden, indem sie zum Beispiel wegrennen oder uns angreifen, wie das Tiere machen können, sondern die stehen halt da, wo sie stehen. Und die Antinährstoffe sind sozusagen der pflanzeneigene Insektenschutz zum Beispiel. Also sie verteidigen sich mit diesen Antinährstoffen gegen das Gefressenwerden. Und bei Insekten ist es natürlich so, dass die dann auch tatsächlich große Schäden davon wegtragen können, wenn sie dann so eine Pflanze essen oder wenn sie zu viel davon erwischen. Und die werden dann gelähmt oder sterben sogar. Und bei uns Menschen ist es natürlich nicht so, weil wir sind viel größer und wir können natürlich eher etwas mehr von diesen Pflanzengiften sozusagen vertragen, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem können die Schaden im Körper anrichten. Ich fange vielleicht mal mit den Lektinen an. Die sind zum Beispiel in Hülsenfrüchten, aber auch in Nachtschattengewächsen, wie zum Beispiel Tomaten oder Kartoffeln oder Paprika, Aubergine. Da drin sind diese Lektine zu finden. Und es ist eben so eine Art natürliches Pestizid. Und diese Lektine binden sich an besondere Kohlenhydratstrukturen und zum Beispiel auch an unsere Darmwände. Und das führt dann dazu, dass wir eben gewisse Nährstoffe nicht so gut aufnehmen können. Und das kann auch dazu führen, dass wir einen sogenannten Leaky Gut, also durchlässigen Darm, bekommen. Und wenn wir einen durchlässigen Darm haben, dann kann es eben auch passieren, dass zum Beispiel Nahrungsbestandteile ins Blut kommen, die da nicht hingehören. Und dann entstehen Entzündungen, dann entstehen auch Unverträglichkeiten, dann können Wassereinlagerungen passieren, es können Kopfschmerzen entstehen und so weiter und so fort. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge über das Thema Leaky Gut oder durchlässigen Darm gemacht. Die kannst du dir gerne raussuchen und auch noch anhören, wenn dich das Thema interessiert. Wenn sich jetzt eben diese Lektine natürlich an zum Beispiel die Darmwand hängen können oder binden können, können sie auch sich an andere Organe anheften. Und sie gelangen eben in den Blutkreislauf und gehen dann zu anderen Organen und heften sich da an. Und was dann passiert, ist, dass unser Immunsystem merkt ja, die gehören da nicht hin und fängt an, das zu bekämpfen. Und kann eben somit auch anfangen, diese Organe sozusagen bekämpfen oder zu beschädigen. Und das nennt man dann Autoimmunerkrankungen. Also wenn sich das Immunsystem sozusagen gegen uns selbst richtet. Und deswegen, wenn du unter Autoimmunerkrankungen leidest unter einer, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dich mal mit dem Thema Lektine auch zu beschäftigen. Sie können auch die Verdauung von Kohlenhydraten erschweren. Und wie gesagt, befinden sich eben in Hülsenfrüchten und Nachtschattengewächsen, auch in Getreiden übrigens. Und von dem her gibt es da tatsächlich, ist es wichtig, dass du eben darauf achtest, zum Beispiel die Hülsenfrüchte einzuweichen oder auch die Nachtschattengewächse einfach mal wegzulassen. Es sind ja nicht so viele und wenn du eben chronische Darmprobleme hast oder sogar eine Autoimmunerkrankung, dann würde ich dir empfehlen, tatsächlich mal auf die Nachtschattengewächse komplett zu verzichten. Nächster Antinährstoff, den ich gerne kurz anschauen möchte, sie ist die Phytinsäure. Und diese findest du vor allem in Getreiden, Nüssen und auch wieder in den Hülsenfrüchten. Und das Interessante ist, dass es eben Getreide vor allem in der Schale vorkommt. Und von dem her spricht auch dann einiges dafür, wenn du da ein Problem hast, dass du vielleicht sogar eher mal ein Weißmehlprodukt nimmst als ein Vollkornprodukt. Und eben Vollkorn gilt ja als gemein als besonders gesund. Aber das kann eben auch wiederum Probleme auslösen mit der Verdauung. Und die Phytinsäure, was da eigentlich das Problem ist, ist, dass sie verhindert, dass Mineralien aufgenommen werden. Oder gewisse Mineralien, wahrscheinlich nicht alle. Aber Eisen gehört definitiv dazu. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch einen chronischen Eisenmangel hast, dann könnte es sich auf jeden Fall lohnen, auch mal das Thema Phytinsäure ein bisschen genauer anzugucken. Und ja, Phytinsäure kann auch Enzyme blockieren, zum Beispiel die wir für die Proteinverdauung benötigen. Und somit hat es dann eben auch, ich sage mal, eine negative Auswirkung auf deine Verdauung. Und das Interessante ist ja vor allem auch, dass viele Vegetarier und Veganer, die sich halt vor allem von Gemüse und Hülsenfrüchten ernähren, dass da eben auch tatsächlich dann, wenn es im Übermaß eben verzehrt wird, auch solche Probleme entstehen können, wie zum Beispiel, dass Mineralien nicht so gut aufgenommen werden können. Und da rät man auf jeden Fall, ein Probiotika-Produkt mal vielleicht noch mit zum Einsatz zu bringen, was nämlich helfen kann, diese Phytinsäure auch abzubauen. Und da vor allem die Laktobazillen sind da vor allem nützlich. Und von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, macht es sowieso Sinn, auch sich mit dem Thema Probiotika mal zu beschäftigen. Auch dazu hatte ich ja schon eine Podcast-Folge mit meinem Mann Roman gemacht. Und das ist einfach nochmal ein Zeichen dafür, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich die guten Bakterien auch im Darm tatsächlich anzusiedeln. Und da kann es tatsächlich hilfreich sein, wenn du mal mit Probiotika eben auch noch ergänzt. Und es gibt schon auch positive Dinge zu finden über die Phytinsäure, dass sie anscheinend zum Beispiel antioxidativ wirkt. Also auch zum Beispiel, wenn es jetzt so um Darmkrebsvorbeugung oder so geht, vielleicht sinnvoll sein könnte. Und dass sie auch den Zuckerspiegel regulieren kann im Körper. Also ich möchte mit dieser Folge nicht Angst machen, dass du denkst, oh, ich darf jetzt kein Gemüse mehr essen, keine Hülsenfrüchte und gar nichts mehr. Sondern einfach darauf hinweisen, dass ein Übermaß an Gemüse und vielleicht vor allem auch rohem Gemüse, denn das Erhitzen kann schon auch helfen, gewisse dieser Antinährstoffe eben auch unschädlich zu machen. Also fermentieren hilft, einweichen hilft, kochen über 75 Grad hilft, gerade zum Beispiel bei den Lektinen. Und das heißt jetzt eben nicht, dass du das alles nicht mehr essen darfst. Und unter anderem empfehle ich ja auch Menschen, die ein Darmproblem haben, dass sie nicht zu viel Rohkost essen. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe eben auch wegen der Antinährstoffe. Weil wenn du das roh isst, dann hast du natürlich eine viel größere Menge, die du zu dir nimmst. Und ja, eben über das Fermentieren können wir vielleicht auch mal noch eine Folge machen. Auch da hatten wir schon drüber gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was dir hilft, auch die Verdaulichkeit des Gemüses zum Beispiel zu erhöhen und trotzdem auch, ich sage mal, Vorteile eines rohen Gemüses eben trotzdem genießen zu können. Gut, das war so das, was ich sagen wollte zum Thema Phytinsäure. Und der dritte sehr bekannte Antinährstoff ist das Gluten. Und im Gluten ist es so, dass es halt aus verschiedenen Eiweißen, aus zwei verschiedenen Eiweißen besteht, aus dem Gliadin und dem Glutenin. Und das Problem scheint vor allem eben beim Gliadin zu liegen. Und das kann die Darmdurchlässigkeit erhöhen und eben auch wieder zu so einem Leaky Gut führen, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte. Und das wird sehr oft belächelt, dass Menschen sagen, ja, also wer keine Zöliakie hat, der hat auch kein Problem mit Gluten. Und das würde ich so einfach mal nicht unterschreiben, weil ich merke bei sehr vielen Kunden, dass wenn sie dann das Gluten tatsächlich auch mal weglassen für eine Weile, dass sich sehr viele Verdauungsbeschwerden eben auch massiv verbessern können. Vor allem, wenn du den Verdacht hast, dass du unter einem durchlässigen Darm leidest, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal auf Gluten zu verzichten. Ich empfehle sogar ganz generell auf Getreide zu verzichten im ersten Moment. Das ist jetzt nichts für immer. Ich sage bei allem, was ich immer empfehle, sage ich, es ist nicht für immer, sondern es soll dir halt helfen, dich tatsächlich wieder, wie soll ich sagen, wieder in den grünen Bereich zu bringen. Und wenn es dir besser geht, wenn es deiner Verdauung besser geht, dann kannst du natürlich auch gewisse Dinge wieder dazunehmen. Das ist ganz klar. Das waren eigentlich schon diese drei Nährstoffe, die ich heute behandeln wollte. Und wie gesagt, ich möchte keine Angst machen vor Gemüse, sondern ich möchte einfach, dass du ein Augenmerk drauf legst, dass nur wenn jemand sehr viel Gemüse und Hülsenfrüchte isst, dass das nicht automatisch heißt, dass das besonders gesund ist. Und wenn du schon länger unter Verdauungsbeschwerden leidest, also ich habe ganz viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich esse so gesund und trotzdem habe ich Blähungen und Probleme, dann würde ich dir empfehlen, eben gerade Hülsenfrüchte einzuweichen über Nacht, ruhig, also auch mal 24 Stunden einweichen, mindestens 12. Auch Nüsse kann man einweichen übrigens, weil auch in Nüssen sind Antinährstoffe enthalten. Und da kann man durchaus die Verdaulichkeit verbessern, wenn du die Nüsse einweichst. Und wenn du sie danach knabbern möchtest, dann kannst du sie vielleicht noch im Backofen ein bisschen trocknen bei 50 Grad. Oder vielleicht hast du ein Dörrapparat, da kannst du sie auch trocknen. Oder man kann sie dann auch so essen, dann sind sie vielleicht nicht ganz so knusprig. Und trotzdem ist das etwas, was dir deine Verdauung auf jeden Fall danken wird, wenn du eben schon Probleme hast in dem Bereich. Ja, fermentieren habe ich ja auch schon erwähnt gehabt. Kochen, wie gesagt, ich empfehle Menschen, die schon länger Darmprobleme haben, nicht zu viel Rohkost zu essen oder vielleicht in einem ersten Moment sogar komplett auf Rohkost zu verzichten. Und da würde ich die fermentierten Gemüse eigentlich von ausschließen, weil sie fermentiert sind, eben schon quasi voraufgespalten sind, ist das was anderes und ist wiederum besser verdaulich. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und dir vielleicht auch die Augen geöffnet hat, wo vielleicht noch ein Problem liegen könnte, wenn du eigentlich schon sehr viel gemacht hast und schon sehr viel für deine Gesundheit tust. In der nächsten Episode spreche ich mit Margret Ache und Iris Janssen von LCHF Deutschland. Und die beiden haben den ersten deutschsprachigen LCHF-Kongress organisiert, der schon zum vierten Mal, glaube ich, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, stattfindet nächstes Jahr im Februar. Und ich werde dort auch einen Vortrag haben dürfen. Und ich bin total begeistert vom LCHF-Kongress. Ich fahre jedes Jahr unheimlich gerne hin, weil man da auch gleichgesinnte Menschen trifft und man eben nicht so der Exot ist, wenn man vielleicht auf seine gesunde Ernährung achtet. Und ich kann es wirklich nur sehr empfehlen, dass du dir nächste Woche diese Episode auch anhörst. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir eine gute restliche Woche. Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch Bis zum nächsten Mal.